Wir können, oder? Okay, okay, sorry. Hallo PC-Gens Hardware, Leser und Zuschauer. Ich weiß genau, was ihr denkt. Der komische Gibibyte-Man mit seinem Bart wird uns wieder was von super teurem Speicher, den man nicht braucht, erzählen. Ob das so zutrifft oder nicht, darauf gewährt sie dann folgend ein. Hintergrund ist auf jeden Fall, wir haben jetzt in der Ausgabe 08 2022 einen neuen DDR5-Vergleichstest mit 13 Modulen. Das heißt, ich habe da jetzt eine ganze Menge neue Erfahrungen gesammelt. Es sind auch echt einige spannende Kandidaten dabei und ich werde das hier in Videoform so ein bisschen aufarbeiten, was ich dabei gelernt habe, was ich auch relevant finde dann für euch, wenn ihr aufrüsten wollt, wenn ihr eine Kaufentscheidung trefft in den nächsten Wochen, Monaten. Also let's go, würde ich sagen. Thema Nummer eins ist natürlich immer noch, wenn wir über DDR5-RAM reden, wie ist das denn preislich? Ja, weil Problem ist natürlich immer noch, DDR5 ist die neue Technologie. Das heißt, Verfügbarkeit ist ja schon lange kein Problem, mehr. Das ist schön, aber die Preise sind immer noch höher als bei DDR4. Was wir allerdings da beobachten können, dass sich allmählich eben diese Preisdifferenz schließt, diese Lücke, die da ist zwischen beiden. Ich habe ja eigentlich die letzten Monate mal gesagt, DDR5 ist ungefähr doppelt so teuer wie DDR4 bei gleicher Kapazität und auch der, ich sage mal, der gleichen Produktqualität. Ja, natürlich kann man ein High-End DDR4-Kit nicht vergleichen mit einem Einsteiger-DDR5-Kit und so weiter. Ja, aber wenn man so Einsteiger gegen Einsteiger, High-End gegen High-End vergleicht, war das ungefähr mal so doppelt so teuer DDR5. Und da tut sich jetzt mittlerweile schon was. Also zum Beispiel bei DDR4, da fängt es ja an, wenn wir DDR4 3200, ja, 32 GB, also 2 mal 16, das fängt so bei 100 Euro an aktuell. Und bei DDR5 sind wir da mittlerweile bei 150 Euro. Ja, das sind jetzt natürlich Tagespreise, da können man wieder super Schnäppchen und so weiter sein. Aber das ist so die aktuelle Lage, ein paar Minuten vor dem Aufnehmen von diesem Video. Und da sieht man halt schon, 150 zu 100 Euro, das sind nur noch 50% Unterschied. Und ich würde auch argumentieren, wenn man jetzt das in einem größeren Kontext sieht, weil wann kauft man sich DDR5? Man kauft natürlich auch dann neue Plattformen, also Mainboard und Prozessor. Das hängt natürlich auch davon ab, was man da sich ausgibt. Aber das werden auf jeden Fall mehrere hundert Euro sein. Das ist klar. Und dann sind diese 50 Euro für den neuen Speicherstandard jetzt nicht mehr so wahnsinnig groß. Also, das heißt, auch jetzt gerade für, wenn wir ein bisschen in die Zukunft schon schauen, weil bei Older Lake habt ihr ja noch die Möglichkeit, DDR4 weiter zu benutzen. Angenommen, ihr habt eben gute DDR4-Module, wollt ihr bei Older Lake haben, kein Problem, dann nehmt ihr halt ein DDR4-Board. Bei Ryzen 7000 soll das ja nicht mehr gehen, weil der voraussichtlich nur noch DDR5-Ramme unterstützt. Das heißt eben, da wäre es dann besonders unschön, wenn DDR5 mit einem hohen Aufpreis verbunden ist. Allerdings eben, das sinkt jetzt immer. Bei den 64er-Kids ist das so, dass wir bei DDR4-3200 bei 200 Euro liegen und bei DDR5-4800 dann bei, ich glaube, 340 Euro. Das heißt, da ist der Preis und das steht mit Pi mal Daumen 70 Prozent noch einen Tick größer, allerdings auch schon eben nicht mehr bei dem doppelten Preis, wie wir das vor ein paar Wochen noch hatten. Also das geht in die richtige Richtung, würde ich sagen. Und spätestens eben natürlich, wenn wir dann Raptor Lake haben, noch Ryzen 7000 und so weiter, wird das sich dann immer noch weiter in die Richtung entwickeln, dass die Aufpreise da geringer werden. Das ist eine schöne Sache, weil ich generell bei DDR5, was ihr da so für Aufpreise zahlt für diese Taktraten, weil ich weiß jetzt schon, dass viele sagen werden, DDR5-4800, das ist ja ziemlich lahm, das ist ja gar nicht so viel schneller als DDR4 oder zum Teil auch langsamer, wenn ihr gute DDR4-Module habt. Das stimmt. DDR5-5600 ist jetzt bei 210 Euro, also 150 zu 210 Euro zahlt ihr dann Aufpreis. Bei DDR5-6000 seid ihr bei 250 Euro und bei zum Beispiel 6200 bei 290 Euro. Also das wird dann mit steigenden Taktraten schon eine ganze Ecke teurer. Allerdings aus meiner Sicht ist da gar nicht so entscheidend, was für eine garantierte Taktrate ihr habt, sondern eigentlich zahlt ihr ja schon auch aus meiner Sicht zumindest für die Chips, die da verbaut sind und deren Tuning-Eigenschaften. Es ist natürlich klar, ich kann als Hersteller hergehen und zum Beispiel eher schlechtere Chips maximal auspressen und dann für die Spezifikation, sage ich jetzt mal, mehr Geld verlangen. Ich kann aber auch zum Beispiel sagen, ich nehme von Haus aus vielleicht taktfreudigere Chips, reize das von der Spezifikation nicht so aus oder haue halt die besten Chips da in meine Top-Produkte rein und die nicht ganz guten von diesen Top-Chips haue ich halt in die schlechter spezifizierten. Das ist dann vielleicht von der Spezifikation ähnlich, aber das, was ihr halt manuell rausholen könnt, ist dann schon mal ein Unterschied noch und da ist es dann eventuell für den einen oder anderen durchaus interessant, mal zu sagen, hey, ich gebe mal für dieses Kit 50 Euro aus oder vielleicht 100 Euro mehr. Natürlich, was ihr für Ansprüche habt, ist komplett klar, weil meistens sind wir ja immer noch im Grafikkarten-Limit einfach. Ja, bei dieser Marktübersicht habe ich einige sehr high-endige Kits. Also das sind dann sogar die tatsächlich schnellsten, die ihr aktuell kaufen könnt. Und zwar sowohl mit 32 GB als auch mit 64 GB, die ich euch jetzt mal zeige. Also das schnellste Kit, was ich getestet habe und was es auch aktuell gibt am Markt, das ist eben von Corsair, Dominator Platinum RGB, ist freigegeben für DDR5 6600 mit CL32. Das sind nicht die allerersten Module am Markt, die diesen Takten unterstützen. Also G-Skill war ein bisschen flotter, aber CL32 garantiert halt aktuell nur Corsair. Ich habe die Module getestet. Ich kann jetzt auch schon verraten, dass sie den Test gewonnen haben. Das liegt aber nur zum Teil daran, dass sie die besten garantierten Eckdaten haben. Es liegt auch daran, dass Corsair seine Hausaufgaben einfach gut gemacht hat. Das heißt nämlich, auch manuell ausgelotet ist das das Kit, was bisher die besten Tuning-Eigenschaften gezeigt hat. Also da merkt man auch, da fließt auch tatsächlich dann nochmal zusätzlicher Selektionsaufwand rein. Und das andere ist zum Beispiel die Dominator Platinum RGB Kühlkonstruktion. Klar, die ist sehr groß, aber wenn man RGBs haben will, dann sind die normalerweise sowieso nicht verbaut. Also ist das jetzt glaube ich nicht so der große Nachteil. Die funktioniert einfach ausgezeichnet. Also wir haben hier wirklich mehrere Kelvin niedrigere Temperaturen als bei der gesamten Konkurrenz. Also es gibt eigentlich außer dem Preis kaum einen Grund, warum man sich nicht ruhen sollte. Beim Preis ist es so, als ich den Test geschrieben habe, wusste ich noch gar nicht den Preis. Ich habe eigentlich schon, weil ich eins und eins zusammenzählen kann, in die Testtabelle reingeschrieben. Negativ, voraussichtlich sehr hoher Preis. Ich muss jetzt sagen, nachdem ich die Preise gesehen habe im Corsair-Shop, ich bin ein bisschen positiv überrascht. Ich will das jetzt, ja das ist so kursiv fair sozusagen, dieses ein bisschen, weil sie sind teuer. Ja, das sind High-End-Module, die sind teuer, da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Der Punkt ist aber, die Kosten ist aktuell bei Corsair im Shop 470 Euro. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit zum Beispiel den G-Skill-Modulen, die für CL34 freigeben sind bei dem gleichen Takt, wo auch der Kühler nicht so gut ist und die kosten im Preisvergleich aktuell über 600 Euro, dann finde ich, ist dieses Corsair-Angebot schon gar nicht so schlecht. Ich habe auch noch ein anderes Dominator Platinum RGB-Kit getestet. Auch da finde ich den Preisaufschlag dazu relativ zivil. Kann man natürlich argumentieren, naja, vielleicht ist auch das so teuer. Wie gesagt, teuer sind sie alle, aber ich finde, für das allerschnellste Kit am Markt ist das preislich sogar noch ganz okay. Das ist halt so, wenn ich sage, hey, das ist der günstige Ferrari. Nicht, dass jetzt irgendjemand sagt, ich kann es mir nicht leisten oder das ist das Schwachste, so viel Geld auszugeben. Aber wenn man so will, ist das der günstige Ferrari und das ist halt auch schon mal ganz cool, wenn man einen Ferrari haben will. Für diejenigen, die vielleicht tatsächlich was Preis-Leistungs-mäßig Gutes haben wollen, fand ich persönlich hier die Viper-Module interessant von Patriot eben. Und kosten, glaube ich, aktuell 290 Euro, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Und die bekommt ihr auch in der RGB-Variante für 20 Euro mehr, also ungefähr 310 Euro. Sind 32 GB, ist also auch nicht super günstig, aber da habt ihr einen garantierten Takt von DDR5 6200. Es waren SK Hynix-Chips verbaut und die Tuning-Ergebnisse waren dementsprechend sehr gut. Das sind ja so die besten Chips, die es aktuell gibt bei DDR5. Kommen wir vielleicht gleich noch im Anschluss dazu. Und das sind auch die günstigsten Module. Also ihr kriegt keine günstigeren, die für diesen oder einen höheren Takt freigegeben sind. Deswegen finde ich für diejenigen, die... Man könnte auch sagen, das sind vielleicht statt Preis-Leistung eher Leistungspreis. Also Leistung ist natürlich schon noch im Fokus, aber dafür finde ich das eigentlich ein ganz gutes Angebot für DDR5-Verhältnisse. Wie gesagt, wenn euch das so teuer ist, es gibt halt auch keine günstigeren Module, die das bieten, was die bieten. Insofern ist das glaube ich schon eine Erwähnung wert einfach. Ein bisschen besser hätte ich es gefunden, der Kühlkörper, da ist leider der Anpressdruck hier nicht allzu gut. Das heißt, die Chips in der Mitte, die tendieren dazu, dass sie nicht mehr vom Kühler bedeckt werden. Ist halt eigentlich nur ein Schönheitsfehler. Die sind ja trotzdem stabil gelaufen und wie man hier sehen kann, DDR5 ist auch nicht zwangsläufig so heiß, dass es eben gekühlt werden muss. Ist allerdings natürlich Abzüge in der B-Note. Das ist wieder der Punkt, da ist halt einfach sowas wie dominierte Platinum RGB mit so einer verschraubten Konstruktion. Das ist dann einfach nochmal eine Ecke solider. Allerdings nehmen die meisten Hersteller leider nicht so besonders ernst. Das ist immer eher eine optische Geschichte, muss man sagen. Was noch ganz spannend ist, ich habe dieses Mal die ersten 64 GB Kits getestet. Also mit Modulen, die jeweils 32 GB Kapazität haben. Klar, jetzt für den normalen Nord 15 Spieler 64 GB sind schon relativ extrem. Die braucht man eigentlich nicht. Wer sie braucht, der weiß das normalerweise auch. Aber das Interessante ist natürlich, abgesehen davon, dass ihr da viele Jahre Ruhe habt, weil die Speichermenge sehr, sehr lange ausreichen wird. Ihr habt halt hier einen Dual-Rank Aufbau. Also habt ihr mehr Ranks. Das war ja schon bei DDR4 immer ein Thema, dass man da bei gleichen Eckdaten, also Takt, Timings und gleich, dann waren die in der Praxis immer einen Ticken schneller. Vor allem, wenn ihr nur zwei Module zum Einsatz habt. Bei vier Modulen ist das dann näher zusammen bei der Leistung. Und deswegen war das dementsprechend spannend, bei DDR5 sich einfach mal anzuschauen, hey, wie sind da die Leistungsvorteile, die man durch die zusätzlichen Ranks hat. Was ich so beobachtet habe, also ich habe zwei 64 GB Module getestet. Das eine ist eben hier von Crucial. Das ist auch das günstigste 64er Kit, was es aktuell gibt, eben mit 340 Euro. Das kam in den Anwendungsbenchmarks, hat sich dann knapp einsortiert hinter DDR5 5600er Kits. Ist also jetzt auf keinen Fall high-endig oder sowas. Aber da kann man schon sehen, für 4800 freigeben hat er in der Praxis so die Leistung vielleicht von einem 5400er Kit oder sowas in Anwendungen. Das ist also schon ein ganz netter Boost, den man da bekommt. In Spielen bei den, dieser Dual-Rank-Effekt geht da eigentlich unter. Den habe ich nicht wirklich beobachten können, also minimal. Aber wo man es vor allem sieht, ist bei den Minimum- bzw. bei den P1-FPS. Also wenn man sich anschaut, was ist über einen bestimmten Messzeitraum die 1% der schlechtersten FPS, die wir da haben. Weil das sind ja immer die, die wir eigentlich möglichst hoch haben wollen, damit das so ein gleichmäßiges Spielgefühl gibt. Und da bewirken diese Ranks einiges. Also ich habe ja auch noch das 64er Kit getestet von G-Skill. Das ist freigeben für DDR5 6000 mit CL30. Das heißt, das ist aktuell das beste 64er Kit von der Spezifikation her. Und das hat dann tatsächlich in den Spielen geschafft, die allerschnellsten Module in dem Test bei den P1-FPS einzuholen. Und dafür, dass jetzt eigentlich 10% Takt fehlen, ist das schon eine ziemlich gute Leistung. Und auch bei den Anwendungs-Benchmarks war das dementsprechend sehr gut und konnte da um die Spitzenplätze mitkämpfen und sich zum Teil sogar auf Platz 1 positionieren. Also das heißt, man braucht nicht unbedingt den mega hohen Takt, bei DDR5 auch. Mit Dual-Rank wird man dann wieder eine sehr gute Leistung haben können mit eben 10% weniger Takt, 50% weniger Takt, weil der eben dieser Dual-Rank-Effekt greift. Nachteil ist natürlich eben, ihr müsst aktuell 64 GB dafür kaufen. Die sind dann von Haus aus eben schon nochmal deutlich teurer, ist die Frage, ob man das machen will. Aber wenn man es machen will eben, dann bringt es das. Und vor allem, gerade wenn man ja eben die Freigabe sieht, wir haben hier nur DDR5 6000 maximal bei der Kapazität. In der Praxis eben seid ihr da schon wirklich direkt auch mit den schnellsten 32er-Kits auf Augenhöhe. Ja, je nach Anwendung Benchmark natürlich, ist klar. Aber ich denke mal, das ist eine ganz coole Erkenntnis, die wir da schon mal gewonnen haben. Es gibt auch noch Kids, die eigentlich richtig interessant sein könnten für Sparfüchse. Und das sind die Kids von Kingston. Da habe ich zwei Stück drin gehabt. Also vor allem hier das RGB-Freie ist dann natürlich, weil es nochmal günstiger ist, interessant. Und Kingston hat auch generell bei mehreren Taktstufen die günstigsten Angebote bei 32er-Kits. Das Problem ist, da gibt es aktuell ein Thema mit XMP und der RAM-Controller-Spannung, die da drin ist, wo die Situation noch nicht ganz klar ist, was da dahinter steckt. Ich habe eigentlich vor, dazu mal ein separates Video zu machen. Die Kurzform davon ist, wer auf XMP verzichten kann und wer sich also sozusagen zutraut, ein paar Optionen selbst einzustellen. Ja, Timings, Takt, Spannung so. Der kann bei denen auch eine richtig gute Schnäppchen machen. Auch bei natürlich anderen, die wir jetzt nicht getestet haben. Ja, bei allen anderen, die eigentlich nur sich zutrauen, XMP einzustellen, zu laden und das war es dann schon, gibt es eventuell noch eine Sache, die kritisch ist. Aber wie gesagt, ich will das in einem separaten Video machen, weil ich da mit Herstellern, Intel und so weiter, noch in Gesprächen einfach bin. Andere Sache, die vielleicht ganz interessant ist noch, ich bin ja auf die Chips eingegangen. Also wie gesagt, es gibt aktuell drei Chips. Micron, das sind vom Tuning her die schlechtesten. Samsung, die sortieren sich so in der Mitte ein und SK Hynix, das sind die Besten. Die Micron sind überwiegend verbaut auf 4.800, 5.200er Kits. Die können auch durchaus 5.600 vom Takt her, weil ich aber, meine Erfahrung ist bisher, dass sie bei dieser Taktstufe nicht mehr verbaut werden. Warum? Weil sie die normalerweise nur packen mit einer erhöhten Spannung und da sind die halt schon ziemlich so on the edge, wenn man so schön sagen würde. Also ja, die laufen da gerade noch, aber normalerweise will ich halt ein bisschen Spielraum hier haben, auch als Hersteller. Also deswegen, bei 5.600er Kits wird dann eigentlich immer schon Samsung verbaut oder durchaus auch SK Hynix, was natürlich ziemlich cool ist, wenn ihr nur für 5.600er RAM zahlt, aber dann habt ihr SK Hynix Bausteine, die 6.400 und durchaus auch mehr können. Also 5.600, 6.000, das ist so der typische Bereich, wo ihr eigentlich Samsung findet. Das sind aber auch die Chips, die nach meines Erachtens so aktuell am wenigsten verbaut werden. Weil, wie gesagt, auch in diesem Taktbereich kriegt ihr schon oft dann die SK Hynix Chips. Ich gebe das in der Tesla-Belle auch immer genau an, wo was verbaut ist. Und wenn ich das weiß, dass ein Hersteller auch andere Chips verbaut, gebe ich das auch an im Tester noch. Und eben bei 6.200 plus vom Takt, würde ich sagen, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass durchgehend SK Hynix verbaut wird. Deswegen fand ich, wie gesagt, auch die Patriots da ganz interessant, weil ich mir kaum vorstelle, dass da Samsung noch drauf landet. Das ist die Geschichte, warum ist das zum Beispiel relevant? Natürlich einerseits, wenn ihr tunen wollt, ist ganz klar, weil da sind einfach SK Hynix Chips die besten. Die skalieren toll mit Spannung und verkraften auch die höchsten Taktraten. Aber auch, wir sind ja jetzt aktuell bei Older Lake und bei Older Lake ist es ja so, da sind wir takttechnisch, sag ich mal so DDR5 6600 ist da schon so ziemlich das Maximum einfach. Das merkt man immer schon, wenn man so einen Vergleichstest plant und bevor man ein RAM-Modul geschickt bekommt, fragt der Hersteller einen, hey, bist du sicher, dass dein System bei DDR5 6600 noch stabil läuft? Ja, da hat man immer schon so, da weiß man schon, okay, die haben das intern natürlich getestet und wissen, dass das halt immer weniger ist, dann die Anzahl der Prozente der Systeme, die dann noch diesen Takt stabil machen. Braucht ihr halt eine hohe RAM-Controller-Spannung vor allem meistens. Aber wir haben jetzt eben Raptor Lake und Ryzen 7000 ja voranstehend. Das ist noch nicht offiziell, allerdings aktuell geht man davon aus, dass beide offiziell DDR5 5600 unterstützen werden. Wollt ihr eh aufrüsten und ihr wollt euch schon was kaufen, dann wäre es vielleicht clever, wenn man ein Kit schon nimmt, was für 5600 oder mehr freigeben ist, wenn ihr das eben mit diesen Plattformen verwenden wollt. Einerseits, weil ihr dann die offizielle Taktrate schon garantiert habt, die ihr mit den Plattformen nutzen könnt und eben andererseits aufgrund dieser Chip-Thematik, die ich euch erläutert habe, weil bei Micron, da werdet ihr einfach nicht 6000 oder sonst was sehen können. Das ist meines Erachtens unmöglich mit den Chips, leider. Das ist dann eben ein Fall für Samsung, SG Hynix. Und wenn ihr 5600 oder mehr garantiert kauft, dann ist die nachvollziehende Micron-Gefahr da eigentlich nicht mehr vorhanden. Das wäre vielleicht noch ein ganz interessanter Punkt, wenn man jetzt auch schon für die kommenden CPU-Generationen da was kaufen möchte. Ansonsten generell, Ryzen 7000 soll ja kein DDR4 mehr unterstützen. Das heißt, gerade die AMD-Jungs sollten jetzt die Daumen drücken, dass DDR5 noch weiter günstiger wird. Bei Raptor Lake soll weiterhin DDR4 unterstützt werden. Das heißt, da kann man ganz entspannt abwarten, sich entscheiden, ob man seinen aktuellen Speicher nutzt oder eben umsteigt. Finde ich ganz cool. Aber ich denke, dass DDR5 mittlerweile so günstig ist, wenn Ryzen 7000 rauskommt, dass das jetzt nicht mehr so der Grund sein sollte, warum man da nicht umsteigt. Außer der Umsteig als Ganzes wird einfach so teuer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war nicht allzu verwirrend. Wie gesagt, wenn ihr Details haben wollt, die ganzen Testergebnisse und so weiter, entweder in der 08 2022 nachschauen oder PCGA-Plus-Artikel kommt dann auch raus. Da habt ihr dann die kompletten Infos. Ich hoffe trotzdem, dass das eben Mehrwert hatte, auch wenn ihr den Test nicht habt. Und wie gesagt, ich plane noch ein XMP-Video zu machen. Wenn ihr da bestimmte Fragen zu habt, vielleicht was euch interessiert bei dem Thema, XMP bei DDR5 oder so, dann schreibt das mal in die Kommentare. Dann werde ich schauen, dass ich das auch noch vielleicht berücksichtigen kann. Wie gesagt, Schwerpunkt wird ein bisschen was anderes sein, eine Problematik, die ich da eben gesehen habe. Ja, danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.